Wir begrüßen auch unseren Zikan von der Basilika St. Georg, unser Bischof Sigmund Schenzwein. So, erhebe ich einen Moment vor der Formiert. Wir begrüßen Ehrepräsident Jörg Müller und unser Ex-Präsident Geri Müller recht herzlich. Den Bekanzer-Gebietleiter, der die Auge auf der Krise und der Gäste-Kastoff-Kolb startet. Der Herr Bürgermeister sagt, ohne in Alphabeten, wo was weiterbringe. Recht aus Teilhause und Herr Eckbäller aus Erleborn. Recht herzlich willkommen, wenn wir wieder machen, dass wir Ihre Fakke schreden oder erhoben. Wir haben auch Alimantische Nahe im Ring hier, die Gabi Zacher und die Claudia Borgler. Sie sind noch weder, aber die hätten sich auch noch verbrannt. Sie wollten sie auch nicht begrüßen. Aber die schreien Sie nicht bei Ihnen. Alimantische Nahe im Ring ist der Verein, der die Karnevalgesellschaft auch angeschlossen ist. Und hier in den Regionen Schrotensee, Oberschwaben und Allgäu separativer. Das war's doch, der ist schön. Hätte er mich eigentlich verstanden, dann musste er lauter drehen. Da hinten wäre ich ja schade, wenn ihr kommet Geld habt, wenn ihr da runterlauft. Aber ganz vergessen habe ich noch, natürlich, den Alfred zu begrüßen und der Landjährige Eregas bei Nachbundung genug zu Hause. Also, wenn ich da unten bin, dann weiß ich, da ist mir zu viel los. Wenn du direkt vorne wärst, da kannst du schon machen, aber so ist nichts zu bringen. Ja, der hat ja gut. Also, Kinder-Technik ist nur ein Argument, wir haben nur so eine feste Masche, endlich schnapp. Aber wir haben uns wunderbar alles in Begrundbeugnis getroffen. Dann haben wir sich gehofft mit einem Vorzeichen. Wenn wir das jetzt vorbeigehen. Wenn wir das jetzt vorbeigehen. Wenn wir das jetzt vorbeigehen, sind wir auch mal bei Richtigkeit. Und wir haben wir heute gerade kümmergrüsse. Und jetzt müssen wir die Richtigkeit aus aufzuhalten. Ganz vorsichtig. Musik 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 ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... der Valfahrenduch mit einer neuen Begleitung dieses Jahr... ... fängt herzlich mit dem Volk an... ... der Valfahrenduch auf der Hunde... ... und jede Nacht... ... und machen wir ein... ... und machen wir ein... ... und machen wir ein... ... und... ... Jene fast hat, das ist noch gut, die nun bei Valfahrenduch steht... ... und die kleine Galle... ... wird damit zu beisen... ... in Heussweiter. Hmm, und auch die kleine Galle. In he是我 потом möchte ... keine 一ge, ... vorgere Prozent, Die Otto-Fahrhäfte sind in ihrer größten Übermitte im ganzen Alimantischen Nahendrück. Die Otto-Fahrhäfte sind in ihrer größten Übermitte. 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 Die Otto-Fahrhäfte sind in ihrer größten Übermitte.